Da ist sie, die zweite Olympiamedaille für Maria Höfel-Riesch. Fünf Tage nach ihrem Triumph in der alpinen Superkombination hat die Patenkirchnerin Silber im Super-Ski in Sochi gewonnen. Olympiasiegerin wurde die Österreicherin Anna Fenninger, die am Ende 0,55 Sekunden vor Höfel-Riesch lag. Nicole Hosp aus Österreich gewann Bronze. Auch für sie war es nach Silber in der Kombination bereits die zweite Olympiamedaille in Sochi. Untertitelung des ZDF für funk, 2017